Montag, 21 Uhr. Hier ist Hard Aber Fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Dankeschön. Sehr netter Empfang hier in Berlin. Vielen Dank. Unser Thema heute Abend bei Hard Aber Fair. Macht man Missbrauch? Was lehrt uns der Fall Wedel? Es ist, als ob ein Korken von der Flasche geflogen wäre. Kaum ein Tag, an dem nicht neue Geschichten bekannt werden, wie Männer ihre Machtstellung ausnutzen, um Frauen gefügig zu machen. Und längst ist es nicht mehr nur die Film- und Fernsehbranche. Eine breite gesellschaftliche Debatte ist losgetreten und da wird nicht weniger verhandelt als das Verhältnis von Männern und Frauen. Die Vorwürfe gegen Wedel, die machen fassungslos. Wie konnten damals so viele wegschauen? Und heute? Sind wir nur wachsamer geworden? Oder vielleicht schon hysterisch, wenn es zum Beispiel um Alltagssexismus geht? Vieles wird vermischt, aber die Verunsicherung bleibt. Wann wird ein Flirt zur Nötigung? Wann wird ein poetisches Gedicht an einer Unimauer übermalt, weil es einige Studentinnen an die alltägliche sexuelle Belästigung von Frauen erinnert? Hard Aber Fair mit diesen Gästen. Christoph Ahmend, der Chefredakteur des ZEIT-Magazins, sagt, im Fall Wedel geht es um Gewalt und Machtmissbrauch. Und auch darum, warum alle so lange geschwiegen haben. Monika Frommel, die Strafrechtlerin, kritisiert, es gibt kein Schweigekartell. Die Frauen haben von sich aus 30 Jahre nichts gesagt. Und eine Zeitung spielt Staatsanwalt und Richter in einem. Dieses Tribunal ist unerträglich. Lisa Ortgies, die Moderatorin von FrauTV, sagt, es geht bei dieser Debatte nicht nur um körperliche Gewalt. Sexismus erleben viele Frauen, vor allem im Berufsleben. Das Problem mit diesen Machtspielen hat die Filmbranche nicht exklusiv. Katharina Barley, die geschäftsführende SPD-Familienministerin, sagt, wir brauchen diese öffentliche Debatte und das nicht nur, wenn ein prominenter Name fällt. Im Fall Wedel erwarte ich von den öffentlich-rechtlichen Sendern rückhaltlose Aufklärung. Thomas Kleist, der Intendant des Saarländischen Rundfunks, sagt, wir klären ja bereits rückhaltlos auf. Der Saarländische Rundfunk hat seine Archive für Journalisten geöffnet. Das ist unsere Verantwortung, auch damit das in Zukunft nie wieder passiert. Und später in der Sendung Emilia Smichowski. Die Journalistin hat in einem Selbstversuch Männer im Alltag direkt auf deren Sexismus angesprochen. Ihr Fazit, Sexismus passiert viel häufiger, als man denkt. Ich habe das lange ignoriert, weil es für uns zum Alltag gehört. So ein Fall wie Weinstein, das ist Hollywood, haben wir gedacht. Nee, das ist nicht nur Hollywood, das ist wohl auch Saarbrücken. Die Vorwürfe gegen den Starregisseur Dieter Wedel sind erdrückend. Und wenn wir heute Abend über die Lehren aus dem Fall Wedel reden wollen, dann sollten wir erst mal die Abläufe kennen, soweit sie jedenfalls bekannt sind. Im Zwielicht. Unter diesem Titel berichtete das Zeitmagazin unseres Gastes Christoph Arment Anfang Januar über schwere Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel. In dem Artikel wirft die ehemalige Schauspielerin Janni Tempel ihm vor, sie 1996 zum Sex gezwungen zu haben. Die ehemalige Schauspielerin Patricia Thielemann berichtet, 1991 von Wedel sexuell massiv bedrängt worden zu sein. Beide Schauspielerinnen gaben dazu eidesstattliche Versicherungen ab. Wedel widerspricht den Darstellungen umgehend, gibt dazu ebenfalls eine eidesstattliche Versicherung ab. Am 22. Januar erklärt Wedel, dass er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurücktritt. Er schreibt. Ich verabscheue jede Form von Gewalt gegen Frauen, ebenso wie gegen Männer. Und weiter. Ein paar Tage später legt die Zeit nach. In einem ausführlichen Artikel berichten vier weitere Schauspielerinnen über ihre Erlebnisse mit Dieter Wedel. Die Vorwürfe reichen von Körperverletzung und sexuellen Attacken bis hin zur Vergewaltigung. Eine von ihnen ist Esther Gemsch. Die Schweizerin berichtet von einer versuchten Vergewaltigung Wedels. Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett. Einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante. Es ist ihm nicht gelungen, in mich einzudringen. Dieser Fall soll sich Anfang der 80er Jahre ereignet haben. Bei Dreharbeiten zu der Serie Bretter, die die Welt bedeuten. Eine Produktion für den saarländischen Rundfunk. Frau Ottkies, in diesem Fall Wedel werden ja Dinge beschrieben, die so roundabout mehr als 20 Jahre her sind. Wie bewerten Sie das, dass diese Geschichten jetzt gerade ausgegraben werden? Das bewerte ich so, dass es jetzt vielleicht erst möglich ist. Ausgegraben sind Sie ja insofern nicht, als teilweise die Frauen sich selbst gemeldet haben beim Zeitmagazin. Als erste Meldungen kamen, weil sie es unerträglich fanden, was Herr Wedel dazu geäußert hat. Insofern, jetzt ist die Stimmung da. Jetzt gibt es eine Bewegung, eine Atmosphäre und eine Gesetzeslage, die es zulässt, dass die Frauen sich jetzt melden. Herr Amendt, Sie sind der Chef des Zeitmagazins. Dass Dieter Wedel ein Choleriker war, das war bekannt, dass er Frauen wie Trophäen gesammelt hat. Das war auch bekannt. Und wie war das genau? Wann haben Sie zum ersten Mal davon gehört, dass da noch wesentlich mehr Schlimmeres ist? So die Vorwürfe. Die Geschichte hat ja Dieter Wedel selbst ausgelöst, indem er ein Interview gegeben hat. Als in Amerika der Fall Harvey Weinstein veröffentlicht wurde, hat Dieter Wedel in einem Interview erklärt, dass er selber als junger Mann von älteren Männern bedroht worden, angegangen worden sei am Theater. Er habe sich aber wehren können und sei deshalb also nicht gebrochen worden. Und dieses Interview, das er gegeben hat, hat eine Schauspielerin, eine ehemalige Schauspielerin gelesen und hat sich daraufhin entschlossen, jetzt ihre Geschichte zu erzählen. Gianni Tempel, Sie haben sie gerade schon kurz erwähnt. Und Frau Tempel hat sich dann bei uns gemeldet in der Redaktion und hat uns ihre Geschichte erzählt. Und was wir dann gemacht haben, ist das, wofür die Zeit ja auch steht, nämlich wir haben angefangen zu recherchieren. Wir haben angefangen in der Filmbranche zu recherchieren. Wir haben mit ehemaligen Mitarbeitern von Dieter Wedel gesprochen, ehemaligen Aufnahmeleitern, Kameraleuten, einer Casterin, die für ihn gearbeitet hat. Wir haben innerhalb von zwei Monaten etwa mit 50 Menschen gesprochen und haben im Laufe dieser Recherchen weitere Frauen gesprochen, die von ganz ähnlichen Vorwürfen erzählt haben. Und nach diesen zwei Monaten, nachdem wir also diese Vorwürfe der Frauen ausführlich recherchiert hatten, auch das Umfeld recherchiert hatten, haben wir Dieter Wedel kontaktiert, um ein persönliches Gespräch gebeten. Und die beiden Kolleginnen, Annabelle Waber und Jana Simon, die die Geschichte recherchiert haben und haben ihn kontaktiert, um mit ihm über diese Vorwürfe zu reden. Über eine Assistentin hat er dann dieses Interview nicht stattfinden lassen, hat es abgesagt und hat sich dann später, was natürlich auch ein gutes Recht ist, zu den Vorwürfen schriftlich geäußert. Er dementiert ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, er dementiert die Vorwürfe heftig. Lässt Sie das an irgendeinem Punkt an Ihren Recherchen zweifeln? Wir haben deshalb von Anfang an auch in der ersten Geschichte im Zeitmagazin seine Dementi und auch seine Sicht der Dinge gleichberechtigt auch präsentiert. Wir haben die Vorwürfe dokumentiert, die nach diesen ausführlichen Darstellungen der Frauen unseren Reporterinnen als glaubwürdig erschienen, auch durch die ehemaligen lebensgefährten Menschen in ihrem Umfeld, die das damals alles hautnah miterlebt hatten. Und haben dann im Magazin aber auch die Sicht von Dieter Wedel gleichberechtigt dokumentiert. Das heißt, wir haben von Anfang an auch dokumentiert, es gibt diese Vorwürfe. Aber es ist auch ganz klar und bis heute ist es ja so, dass Dieter Wedel die Vorwürfe dokumentiert hat. Sie haben Ihr Handwerk gemacht. Als Journalist haben Sie geahnt, welche Welle Sie damit lostreten würden? Wir haben natürlich eine besondere Verantwortung. Und Sie können sich vorstellen, dass wir aus diesem Grund die Vorwürfe auch genau geprüft haben. Wir haben ja zum Beispiel im Fall von Jörg Kachelmann damals vor einigen Jahren eine genau entgegengesetzte Geschichte veröffentlicht. Als wir gemerkt haben, nach der Recherche, mit derselben Recherche, die wir auch im Fall Wedel angesetzt haben, da stimmten die Vorwürfe eben nicht. Das hat sich ja später auch vor Gericht herausgestellt. Die Fälle sind sehr unterschiedlich. Das sagt ja auch Kachelmann. Wenn wir den raushalten wollen, in dieser Debatte findet er sich auch nicht wieder. Ich möchte jemand anderes zitieren. Der Schauspieler Ulrich Tuckow, der hat am Wochenende über Dieter Wedel gesagt, ich sehe, dass da jemand am Ende seines Weges vor dem Trümmerhaufen seiner großen Karriere steht und rechts und links verzweifelte Menschen. Das tut mir in der Seele weh. Es ist der Ruin seines Lebens möglicherweise von ihm selbst verschuldet. Frau Barley, muss man mit Herrn Wedel Mitleid haben auch? Also es steht mir nicht zu, über den konkreten Fall Wedel zu urteilen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung im juristischen Sinn. Aber das Problem bei den meisten sexuellen Straftaten ist ja, dass nur zwei Personen da sind und man nie genau weiß, wer sagt jetzt die Wahrheit. In diesem Fall ist es ja anders. Das ist sehr, sehr ausführlich, sehr sorgfältig dokumentiert über einen langen Zeitraum. Und ich glaube, in der öffentlichen Debatte ist es dann auch richtig zu sagen, es spricht im Moment alles dafür, dass die Vorwürfe zutreffen oder jedenfalls, dass der Grundvorwurf zutrifft. Und dann, also jeder Mensch hat für das einzustehen, was er tut. Die Frage ist nur, vor welcher Institution? Vor der Öffentlichkeit oder vor einem Gericht? Frau Professor Frommel, Sie sind, Frau Professorin Frommel, so viel Zeit muss sein. Sie sind Rechtswissenschaftlerin und Kriminologin. Wenn so ein Fall wie der von Herrn Wedel bis jetzt nur in den Medien verhandelt wird und nicht vor Gericht, was macht das mit einem Mann, der sich dieser öffentlichen Anklage ausgesetzt sieht? Es ist ein digitaler Pranger und es ist ein historischer Rückschritt, den ich unfassbar finde. Wir haben 250 Jahre lang Verfahren entwickelt, in denen solche Fälle und im Strafrecht bei Sexualstraftaten geht es immer um relativ ekelhafte Fälle, in denen solche Fälle in einem geordneten Verfahren abgehandelt werden, mit verteilten Rollen. Die Staatsanwaltschaft macht die Stoffsammlung, das ist jetzt sozusagen die Zeitredaktion. Entschuldigen Sie, ich bin noch nicht fertig. Das Gericht muss prüfen, ob die Stoffsammlung der Staatsanwaltschaft ausreichend ist. Die Verteidigung hat Akteneinsichtsrecht, kann Beweisanträge stellen. Das heißt, wir haben ein differenziertes Verfahren entwickelt für solche Fälle und jetzt wird das alles übersprungen, sogar bei vollständig verjährten Vorfällen und wir kehren zurück in die frühe Antike, ein Scherbengericht im alten Athen, in dem sozusagen coram publico, ein Mann bloßgestellt wird und eigentlich keine adäquaten Möglichkeiten hat, sich zu verteidigen. Die Tatsache, dass er eine eidenschaftliche Erklärung abgegeben hat, ist ja medienrechtlich sozusagen jetzt ein Todesurteil, weil jetzt hat er sich zur Sache eingelassen und verliert auch noch medienrechtlich. Sollen denn Journalisten nur dann berichten dürfen, zum Beispiel auch bei verjährten Fällen, wenn Staatsanwaltschaft sich dann doch irgendwie durch juristische Nachprüfungen der Sache angenommen hat? Ich hätte nichts dagegen, wenn man rechtshistorisch und kulturvergleichend schaut, wie war die Rechtslage und das Frauenbild in den 80er Jahren. Das ist bekannt, dass die Aburteilung von Sexualdelikten in den 80er Jahren notleidend war. Deswegen ist ein Jahr nach dem letzten Fall, der hier berichtet wird, ist das Strafrecht auch reformiert worden. Das heißt, war notleidend, das heißt, Frauen hatten Schwierigkeiten, sich vor Gericht so durchzusetzen, dass tatsächlich auch sein Urteil kam? Wir haben in den 80er Jahren noch ein Personal in der Strafjustiz. Das wissen wir mittlerweile aus rechtshistorischen Studien, starke Traditionen zu einem Frauenbild der Nazi-Zeit der 50er Jahre hatte. Dieses Personal gibt es heute nicht mehr und die Gesetze und das gesamtgesellschaftliche Diskussionsklima hat sich enorm verändert. Und wir sind auch nicht so platt, wie es in den USA ist. Dort ist die Lage für Opfer sehr viel schlechter. Herr Amendt, Sie haben dann diesen öffentlichen Pranger organisiert, so der Vorwurf Ihrer Sitznachbarin. Es ist ja auch vom Bundesgerichtshof festgelegt worden, was eigentlich genau Verdachtsberichterstattung bedeutet. Und das heißt, dass eben wir journalistisch sehr sorgfältig die Vorwürfe prüfen müssen. Das haben wir sehr ausführlich getan und aber eben kein Urteil fällen, sondern die Vorwürfe dokumentieren, aber natürlich auch die Gegenseite anhören. Wir als Journalisten, natürlich haben Sie vollkommen recht, wir betreiben Journalismus. Das ist etwas anderes als eine justiziable Ermittlung. Aber wenn es denn so wäre, dass man über solche Fälle nicht berichten dürfte, wenn man journalistisch sorgfältig recherchiert, so wie es getan wurde, dann wäre es ja auch nicht möglich, Frau Rommel, über die Vorfälle an der Odenwaldschule, über die Vorfälle am Canisius-Kolleg, aber auch früher den Water-Skate-Skandal aufzudecken, denn das waren auch alles solche Fälle. Wollen Sie denn wirklich, dass wir über diese Fälle erst berichten können, wenn Sie vor Gericht sind? Oder müssen wir nicht als Journalisten nicht der Pflicht nachkommen, aufzuklären? Auch um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, da haben wir doch auch eine Verantwortung. Ja, haben Sie, aber das, was das Zeitdossier hier getan hat, ist alles andere als Verdachtberichterstattung. Bei der Odenwaldschule haben wir Betroffene, die sich an die Öffentlichkeit gewendet haben. Jeder hat noch das Buch in Erinnerung, wie laut soll ich denn noch schreien? In diesem Fall ist sozusagen eine Geschichte konstant. Konstruiert worden, ich gebe zu, sehr gut konstruiert worden. Hier ist nichts konstruiert worden. Und es war auch klar, dass es einen medialen Tsunami geben wird. Darf ich an dieser Stelle diese... Wer hat die denn konstruiert? Erklären Sie mir doch, wir haben recherchiert, wir haben ausführlich... Ja, mein Frau Frommel, ich glaube, beide Positionen sind ausgetauscht. Das ist eine interessante Frage. Die gesellschaftliche Debatte ist eine interessante Frage, aber wir werden sie nicht klären können, sondern es sind verschiedene Standpunkte. Wir haben ein sehr aufmerksames Publikum, die sehr unterschiedlich auch mit Applaus reagiert haben. Ich möchte einen Schritt weiter gehen und das der Diskussion überlassen, vielleicht auch in Rechtsseminaren geführt werden muss. Nämlich die Frage behandeln, wie konnte das passieren? Ein Mann, der so die Vorwürfe sich Frauen einfach nimmt, sie bedrängt, sie nötigt. Das Ganze so, als wäre das einfach für einen Regisseur eine ganz normale Sache, das stünde ihm praktisch zu. Das sind die Vorwürfe. Wie war sowas möglich in einer so öffentlichen Welt, wie es nun mal ein Filmdreh ist? Und man kann auch nicht sagen, dass die Vorfälle nicht aufgefallen wären, sie waren sogar aktenkundig. Zwischen dem Saarländischen Rundfunk und seiner Tochter Telefilm Saar gab es noch während der Dreharbeiten einen Briefwechsel. Darin schrieb die Produktionsfirma dem damaligen Chef der Fernsehunterhaltung des Senders. Wie Sie wissen, gab es im Dezember vergangenen Jahres bereits eine Drehunterbrechung, weil es infolge versuchter sexueller Kontakte zu Handgreiflichkeiten zwischen der damaligen Hauptdarstellerin, Frau Esther Christinath, und dem Regisseur kam, mit der Folge, dass sich Frau Christinath mit einer Halswirbelverletzung in klinische Behandlung begeben musste. Esther Christinath, die heute Gemsch heißt, musste die Dreharbeiten schließlich abbrechen. Es gab eine neue Hauptdarstellerin. Auch diese hatte nach eigener Aussage unter sexuellen Ernährungsversuchen durch Wedel zu leiden, so schrieb es die Telefilm Saar. Die Produktionsfirma forderte daraufhin vom SR, den Regisseur austauschen zu dürfen. Da wir nicht bereit sind, Herrn Dr. Wedel in dieser Serie noch einmal zu beschäftigen. Der Grund liegt in seinem bisherigen Verhalten. Der damalige Chef der Fernsehunterhaltung im saarländischen Rundfunk sah das ganz anders. Ich ersuche sie dringend, mit Herrn Dr. Wedel ein klärendes Gespräch zu führen, mit dem Ziel, seine Regie sicherzustellen. Herr Kleist, Sie sind der heutige Intendant des saarländischen Rundfunks. Wenn man das so liest aus dem Archiv, dann muss man das doch so interpretieren. Im saarländischen Rundfunk waren seinerzeit die Frauen herzlich egal, solange das Produkt die Quote stimmt. Das weiß ich nicht. Und deshalb habe ich ja auch, als ich von den Kollegen von der Zeit erfahren habe, welche Vorwürfe im Raum stehen, ganz kurz überlegt, was machst du jetzt? Mir war klar, dass ich damit alle Aufmerksamkeit, Sie haben Saarbrücken und Hollywood eben miteinander verglichen, dass ich damit alle Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Aber ich wollte mich aber auch nicht gemein machen mit einem System, in dem sowas vorkommt. Und deshalb war mir auch klar, ich habe selbst eine Tochter, die 29 Jahre alt ist und diese jungen Frauen waren 24 Jahre und wenig älter. Und da war mir klar, da musst du was dazu tun, Verantwortung übernehmen für den saarländischen Rundfunk natürlich und aufklären. Und deshalb ist mir übrigens auch Ihr Ansatz, greift mir zu kurz, weil Sie zu sehr jetzt auf die Täterrolle sich fokussiert haben. Man muss ja auch mal die Opferrolle sehen. Und in einer modernen, transparenten Mediengesellschaft ist es eine große Kunst und auch gar nicht so einfaches, gleicht einem Ritt auf der Rasierklinge, hier den richtigen Ausgleich zu wählen, zu finden, dem Täter die Unschuldsvermutung zukommen zu lassen, aber auch dem Opfer gegenüber Verantwortung zu tragen und nicht nur in der Aufbereitung des Sachverhalts, sondern vor allem, ich hoffe, darauf kommen wir ja noch, vor allem für die Zukunft. Die Aufbereitung verlangt aber noch die Beantwortung meiner Frage. Ich bleibe erst mal bei der Vergangenheit. Ja, ja, da bin ich noch gerne dabei. Nochmal, Sie sind heute der Repräsentant des saarländischen Rundfunks. Es lebt kaum noch jemand aus dieser Zeit, jedenfalls der Verantwortlichen. Da sagt die Produktionstochter, wir wollen den Mann rausschmeißen. Und der Senderverantwortliche Unterhaltungschef sagt, nee, führt ein klärendes Gespräch, Hauptsache der Mann bleibt bei der Stange. Ich wiederhole mal meine Frage, Frauen waren nicht so wichtig, wie Herrn Wedel weiter wirken zu lassen. Das kann sein, und wenn es so war, war es nicht in Ordnung. Und wenn es so war, wir sind ja noch bei der Sachverhaltsaufklärung, wir haben ja insgesamt, ich habe ja die Archive sofort geöffnet, weil ich selbst interessiert bin an der Aufklärung. Sie haben geklopft und die Tür ging auf, ja? Ja, wir haben angeklopft und ich glaube, Sie haben intern zwei, drei Tage auch diskutiert, wie Sie damit umgehen. Und haben dann aber für uns die Archive geöffnet. Und das war für uns, ehrlich gesagt, auch bei der zweiten Geschichte, die wir veröffentlicht haben, auch ein ganz wichtiger Moment, weil plötzlich schriftlich festgehalten war, hier diskutieren Anwälte, Produktionsfirmen, ihr Sender, die Verantwortlichen von damals, um die Frage, die Hauptdarstellerin ist ausgefallen, weil offenbar der Regisseur gewalttätig mit ihr umgegangen ist. Es ging nur um die Frage, warum wird die Serie teurer? Kein Mensch hat gefragt, wie geht es der Frau? Insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass dem Sender die Frauen so ein bisschen egal waren, dem Zusammenhang. Ich weiß, Sie sind jetzt vorsichtig, aber diese Fakten liegen ja vor. Das mag ja sein, aber diesen Schuh will ich mir heute nicht anziehen. Und deshalb habe ich ja bei der Bewertung helfen, darf ich Ihnen helfen, den Fall aufzuklären? Absolut. Sie sind ja auch nicht angegriffen. Sie sind ja nicht Sie persönlich angegriffen. Nee, 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 nee. Ich sag ja, ich bin ja auf Ihrer Seite. Ich möchte ja wissen, wie es war und warum man so reagiert hat. Und wenn man so reagiert hat, wie es sich aus den Akten jetzt ergibt, dann war es Verantwortung. Ich darf noch mal aus den Akten zitieren. Das macht einen wirklich fassungslos aus der Rückschau. Da findet Sie nämlich auch der Satz, eine persönliche Angelegenheit. Und für die Redaktion wird sie erst dann wichtig, wenn die Arbeit oder deren Qualität ernsthaft gefährdet ist. Das steht da. Man hat das offensichtlich unter Finanzierung. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Satz gelesen haben? Ich war erschüttert. Ich war erschüttert und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Heute würde, jedenfalls ich, würde so nie reagieren. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das Personal war in allen Bereichen damals ein anderes. Das Bewusstsein war ein anderes. Schauen Sie sich mal heute alte James-Bond-Filme an. Das ist unerträglich. Also damals, ich weiß noch, als ich bin mit meinem Vater da noch reingegangen und haben uns drüber unterhalten, habe ich gesagt, das ist doch beklopptes Zeug. Heute würde jeder sagen, das ist beklopptes Frauenbild. Das heißt, wir haben einen enormen gesellschaftlichen Wandel und diese alten Geschichten sind mitnichten repräsentativ für den heutigen Umgang mit Opfern. Ganz im Gegenteil. Wir haben etwas seit 15 Jahren eine sehr stark opferzentrierte Strafverfolgung. Wir haben auch ansonsten im gesellschaftlichen Bereich einen sehr genauen Blick auf Opfer. Die Frage ist aber doch tatsächlich nochmal, auch wenn es zurückliegt, wie kann das passieren? Frau Barley mahnte da auch von den Sendern eine große Offenheit an. Auch der WDR zum Beispiel hat mal bei sich nachgeguckt und heute diese Stellungnahme abgegeben. Der Dreiteiler Wilder Westen inklusive aus den Jahren 1987-88. Laut WDR die einzige direkte Produktion des Senders mit Dieter Wedel. Zu den bisherigen Nachforschungen sagt der WDR. Bislang haben wir keine Anhaltspunkte für gewaltsame körperliche Übergriffe von Wedel, wie sie in der Zeit geschildert wurden. Allerdings gibt es mündliche Schilderungen, dass Dieter Wedel am Set eine Person verbal systematisch herabgewürdigt haben soll, nachdem sie seine Annäherungsversuche zuvor zurückgewiesen habe. Die Aufarbeitung dauert noch an. Wir haben noch kein abschließendes Gesamtbild. Wie gesagt, die ARD-Intellanten beraten darüber. Morgen in München sind Sie wieder dabei, Frau Barley. Sie haben im Fall Dieter Wedel von einem Schweigekartell gesprochen. Wer gehört in Ihren Augen zu diesem Schweigekartell? Also das Schweigekartell meinte ich damit, dass es schon erstaunlich war, die ganze Zeit über, wir haben ja nicht zum ersten Mal solche Wellen, wo solche Fälle auftreten, dass das überall passiert, in den USA und in Großbritannien und in Frankreich, aber bei uns bisher anscheinend nicht. Und das war eben nur so möglich, weil, ich meine das jetzt gar nicht konkret auf den Fall Wedel bezogen, sondern generell es in vielen Branchen und ein Stück weit auch in der deutschen Gesellschaft so eine Einstellung gibt, eine Grundmentalität, über sowas spricht man nicht. Wenn ich mich daran erinnere, wie die Diskussion damals war, als wir die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt haben. Ich meine, das war ja unfassbar, was da teilweise gesagt wurde. Das ist privat, da ist die Tür zu, das geht keinem was an. Also diese Mentalität, dass man Unrecht auch benennt, da haben wir anscheinend immer so ein bisschen Nachholbedarf. Und deswegen sage ich, das würde so heute nicht mehr passieren. Und ich finde es ausgesprochen respektabel, was Herr Gleis da macht, dass er wirklich sagt, ich öffne das alles rückhaltlos. Das würde heute nicht mehr passieren, dass es einen Aktenvermerk gibt. Der Regisseur schlägt die Frau zusammen und sie muss gehen. Aber diese Fälle von sexuellen Übergriffen, natürlich gibt es die immer noch. Und ihnen muss man insofern, finde ich, diametral widersprechen. Natürlich ist es so, dass die Opfer es immer noch schwerer haben. Natürlich gibt es heute andere Medien. Natürlich gibt es heute die Möglichkeit, über Facebook und so weiter Dinge öffentlich zu machen. Aber wenn es am Ende hart auf hart kommt, vor Gericht vor allen Dingen, ihr Metier, dann gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Das ist auch gut und richtig so. Aber jetzt darf ich gerne noch mal aussprechen, da gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Und die Dunkelziffer von Frauen, die sexuelle Übergriffe nicht anzeigen, ist nach wie vor extrem hoch, weil sie diese Demütigung eben auch nicht ertragen wollen, dass sie wissen, sie haben kaum eine Chance, am Ende wirklich eine verurteilliche Verurteilung zu erreichen. Und deswegen schweigen auch heute noch viele Frauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass solche Fälle wie dieser dafür sorgen, dass darüber gesprochen wird, zum Beispiel in Sendungen wie dieser. Und ich möchte hinzufügen, dass es ja erstmal zur Anzeige kommen muss. Sie haben ja recht, dass sich da viel getan hat. Die Frage ist, wie weit ist der Weg, bis jemand, bis eine Frau zur Polizei geht, bis das Opfer sich überhaupt äußert dort. Und da sind die Dunkelziffern ja enorm. Insofern ist so eine Sache wie MeToo, ist so ein Fall wie Dieter Wedel, wenn er verhandelt wird, öffentlich verhandelt wird, auch vielleicht eine Ermutigung für Frauen, die sich jetzt vielleicht bei aktuellen Fällen bisher nicht traut, um sich zu melden, die vielleicht diese Werkzeuge juristisch gar nicht kennen. Die setzen da wahnsinnig viel voraus. Es gibt eine kostenlose Beratung beim Amtsgericht. Es gibt Prozesskostenhilfe. Das heißt, es kostet nichts. Man kann einen Anwalt nehmen. Es gibt das Antidiskriminierungsgesetz. Das heißt, mittlerweile gibt es überall Beschwerdestelle. Auch Schauspielerinnen haben seit 2006 eine unabhängige Beschwerdestelle. Es gibt bei Vergewaltigung den Notruf, bei sexuellem Missbrauch die Petze. Das heißt, wir haben in den letzten 25 Jahren eine Fülle von Institutionen geschaffen, um diesen Vorwurf auszuräumen, um andere Institutionen zu schaffen. Und das hat auch gewirkt. Ich bin erstaunt, dass eine Ministerin sozusagen so tut, als wäre die Arbeit von 25 Jahren Politik, Gesetzgebung und Umsetzung von Gesetzen wirkungslos geblieben und dieselben Reden schwingt wie 1986. Ich war dabei, als diese unsäglichen Sprüche kamen wegen der Vergewaltigung in der Ehe. Das ist heute völlig unvorstellbar. Ganz im Gegenteil, heute scheinen die Leute ganz konformistisch, es normal zu finden, dass man so etwas wie einen digitalen Pranger errichtet. Ich sagte, mir ist das zu viel Strafrecht. Strafrecht ist die eine Situation, da gilt es die Unschuldsvermutung, da gibt es Verjährungen, aber auch eine Verjährung macht eine Tat, wenn sie denn geschehen ist, auch nicht ungeschehen. Auch darüber muss man gesellschaftlich diskutieren, und zwar auch aus der Sicht des Opfers, auch des Täters. Ich rede ja nicht nur von Strafrecht um Himmels Willen. Es gibt ein vereinfachtes Zivilverfahren in solchen Fällen. Da muss man sich nicht dem Staat anvertrauen, sondern ist als Klägerin autonom und hat kostenlose anwaltliche Beratung. Das ist ja fast schon ein Service-Paket, was Sie da schon hören. Aber wie man damit durchs Leben kommt, das ist ja dann auch eine zweite Frage. Wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, was ist eigentlich mit den Frauen? Welchen Vorwürfen sind sie manchmal ausgesetzt? Da kann man auch bei Herrn Wedel nachgucken. Wedel und die Frauen, das ist ein Thema, zu dem sich der Regisseur selbst gerne geäußert hat. Zum Beispiel in seiner Autobiografie. Schlaflose Nächte lassen sich in zärtlicher Umarmung besser überstehen. Damals versuchten die beiden Hauptdarstellerinnen abwechselnd, mich über die schlaflosen Nachtstunden hinwegzutrösten. So beschreibt Dieter Wedel in seiner Autobiografie Affären bei Dreharbeiten Anfang der 70er Jahre. Eine der beiden Schauspielerinnen war Dagmar Berghoff, die spätere Tagesschausprecherin. Sie nimmt ihn heute in Schutz. Ich denke, Dieter Wedel hatte es nicht nötig, eine Frau gegen ihren Willen ins Bett zu bekommen. Und auch andere Schauspielerinnen und Schauspieler stellen sich vor den Regisseur. Es gab Kleindarstellerinnen, die haben ihm in den Drehpausen die Brüste auf die Schulter gelegt und um ihn geworben. Er selbst war beim Dreh nie anzüglich. Wedel ist ein großer Frauenliebhaber. Und die Frauen waren ihm nie abgeneigt, haben sich bisweilen äußerst aggressiv an ihn rangemacht. Frau Ottkies, ändert das, was Sie da gerade gehört und gesehen haben, etwas an der Beurteilung Ihres, in Ihrer Beurteilung des Falles Wedel? Also das, was die Opfer hier schildern in den Aussagen, die sie der Zeit zur Verfügung gestellt haben, ist in der Klarheit, in der Ähnlichkeit, in der Dichte, in der Vielzahl. Die kennen sich ja nicht. Es gibt ja keine Absprachen zwischen den Opfern. Es kommen immer dieselben Erzählungen. Im Übrigen auch von Iris Berben, die gesagt hat, sie hat es selber erlebt, einen Annäherungsversuch, sie ins Bett zu bekommen, hat das abgelehnt und hat dann das auf dem Set zu spüren bekommen. Das wiederholt sich ja. Und das ist für mich anders, den Opfern da wirklich Glauben zu schenken in diesem Moment. Aber was ist mit den Schauspielern, die Sie hier gehört haben, die vielleicht eben so einen Anspruch auf Wahrheit erleben, damit vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit treffen? Ändert das etwas an den Fällen? Es geht doch nicht um Sex bei diesen Fällen. Das ist immer der Fehlschluss. Es geht nicht um Sex, es geht um Macht. Es geht um Macht auszuüben über jemand anderen. Dass er eine freie Auswahl an Frauen hatte, die mit ihm ins Bett gegangen wären, spielt dafür überhaupt keine Rolle. Wenn so ein Mensch, was ich jetzt strafrechtlich nicht unterstellen will, aber was viele schildern, wenn er das Bedürfnis gehabt hat, immer wieder Macht auszuüben, sexuell, aber ja auch durch dieses permanente Erniedrigen, davon sprechen ja sehr viele unabhängig von sexuellen Übergriffen, dann ist das eine Form, Macht auszuüben. Und deswegen ist mir so wichtig bei dieser ganzen Debatte, dass man nochmal einen Schritt zurück geht und guckt, was ist das eigentlich? Wir haben dieses Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in dieser Gesellschaft. Das zeigt sich in ganz vielen Bereichen. Und solange wir das haben, werden wir auch sexuelle Übergriffe immer erleben. Wir haben ja insgesamt 24 Fälle dokumentiert. Sieben davon haben wir veröffentlicht. Und bei der Geschichte von Frau Genbsch, die wir vorhin schon gehört haben, war es ja so, dass es gab ja dann eine andere junge Schauspielerin, die nachbesetzt wurde. Es gab eine neue Hauptdarstellerin. Und auch die wurde von Herrn Wedel wieder so belästigt und sie musste sich diesen Avancen und den Nötigungen erwehren. Das hat dazu geführt, und das ist ja das, was auch Frau Barley gemeint hat, dass auf offener Bühne, während der Dreharbeiten, diese Frau bei den Dreharbeiten erniedrigt wurde. Und sogar gezwungen wurde, einmal auf einer Bühne vor dem gesamten Set, vor allen Mitarbeitern, Scheinwerfer im Gesicht auszusagen, dass das alles nicht stimme. Das heißt also, diese Erniedrigungen haben so stattgefunden, dass auch andere am Set das mitbekommen haben. Das bringe ich nochmal zu dem Schweigekartell, das eben von Frau Barley auch mal angesprochen wurde. Wie ist das erklärbar, dass so viele Menschen, Männer wie Frauen, so ein Team kommt leicht schon mal an 40, 50 Personen ran. Wie ist das erklärbar, dass niemand oder nur sehr wenige sich da offenbart haben? Ist das auch Gegenstand Ihrer Untersuchung? Haben Sie noch Menschen getroffen, die damals dabei waren? Ich habe ja sofort, als ich von den Vorwürfen hörte, zwei Dinge gemacht. Ich habe eine Taskforce eingerichtet, also eine Arbeitsgruppe im Haus mit dem Justiziar, dem Kommunikationschef und der Leiterin der Intendanz. Ich habe das also zur Chefsache erklärt und habe überlegt, welche Verantwortung hatte das Unternehmen Saarländischer Rundfunk und welche Konsequenzen müssen wir heute für die Zukunft ziehen? Zum Zweiten habe ich zwei junge Journalistinnen dran gesetzt, die das journalistisch aufbereiten sollen. Ich habe zum Dritten auch meine Gremien informiert, was auch wichtig ist, auch das ist eine Form öffentlicher Kontrolle und meine Kolleginnen und Kollegen, anderen Intendanten, um die Dinge transparent zu machen. Denn das war, glaube ich, früher ein Punkt, man hat nicht drüber geredet. Darf ich das mal Ihnen, Herr Kleiss, nur damit das Leute auch verstehen, die zwei Rundfunkgebühren bezahlen, aber die komplizierte Struktur nicht kennen. Von dem Untersuchungsbericht damals, da ging es ja darum, dass die Kosten enorm in die Höhe geschossen sind. Der Saarländischer Rundfunk war noch nie ein reicher, das war sicher fast ruinös. Durch diese sexuellen Übergriffe, so sie denn stimmen, sind die Produktionskosten in die Höhe geschossen. Es gab Revisionsberichte, die müssen auch in den Gremien angekommen sein. Das weiß ich noch nicht, ich bin dabei, also man muss ja auch meinen Vorgängern Rechnung tragen, nicht nur Opferschutz und Täter, auch die Sachverhaltsaufklärung gilt ja auch. Ich korrigiere meine Formulierung, die Wahrscheinlichkeit ist hoch nach all dem, wie man Abläufe kennt. Es spricht vieles dafür, dass. Danke. So ist es richtig. Umso größer ist die Frage eben, wie es passieren konnte und ist das alles einer Zeit geschuldet und einem Rollenverständnis zwischen Mann und Frau, das überkommen ist oder eben nicht überkommen ist. Das überkommen war. Wir müssen uns zurückversetzen in die 80er Jahre. Und dann stellt, da wundert mich gar nichts. Du hast entschuldigt das hier nichts. Nichts, nein, natürlich entschuldigt das hier nicht. Entschuldigt das eine schwere kriminelle Laufheit? Wollen wir eine Zeit, in der... Wollen Sie das in der Fromme jetzt mal ein paar Sachen lesen, die unter MeToo-Hashtag zu finden sind? Ja. Dann würden Sie, glaube ich, nichts zu der Äußerung verleihen. Da war Deutschland so widerwärtig wie jetzt die Situation in Hollywood. Ja, aber wir sind es nicht mehr. Also ich finde es unfair, wenn man eine Geschichte erzählt und unterschwellig immer die Mitteilungen transportiert. Eigentlich ist es immer noch so. Jetzt stelle ich mal die Frage, wieso haben viele dieser Frauen, die vermutlich Grund hätten, sich zu wehren, wieso haben die nicht 10 Jahre später, 15 Jahre später, wir haben jetzt tatsächlich nur noch verjährte Fälle. Wir haben noch viel früher gesprochen. Ja, wieso keine Zivilklage, die war nicht verjährt. Das ist ja das Erschütternde an den Fällen. Vielleicht haben Sie sich geschämt. Vielleicht haben Sie sich geschämt. Sie haben sich schon mit ihr treibt. Wir haben das dokumentiert in beiden großen Recherchen, die wir veröffentlicht haben. Die haben sich an Anwälte gewandt, die haben sich an ihre engsten Vertrauten gewandt, an ihre Agenten. Und alle haben ihnen gesagt, mach es lieber nicht zu öffentlich, geh damit nicht in die Öffentlichkeit, du bist Anfang 20. Wenn du jetzt damit an die Öffentlichkeit gehst, ist deine Karriere zu Ende. Es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist, dann ist ihre Karriere zu Ende. Entschuldigung, Frau Bande, Sie sind gleich wieder dran. Aber ich möchte noch mal drauf kommen, weil Sie sagen, die Karriere ist zu Ende. Ist das auch eine Erklärung für die Frage, die Sie eben nicht beantwortet haben, nämlich das große Team? Hatten alle diese Angst, auch dem Beleuchterjob loszuwerden, von Herrn Wedel nicht mehr als Kameramann eingesetzt zu werden? Dass der Requisiteur sagte, Mensch, es gibt einen großen Arbeitsmarkt für Requisiteure. Und an der Saar habe ich nicht so viele Alternativen. Ich weiß, Sie forschen noch, aber ist das eben auch eine Erklärung dafür, dass es so viele Zeugen gab eines Tribunals und es ging immer weiter. Ich glaube, es gab auch nicht die Sensibilität, die man heute hat. Es gab damals nicht die Sensibilität, was es ja nicht im Nachhinein entschuldigt, aber man kann es vielleicht damit erklären. Ich verstehe es sonst nicht. Wir waren alle in der Maske eben. Fragen Sie mal die Maskenbildnerinnen. Ich habe die mal gefragt, erleben Sie das auch? Und die sagen, natürlich erleben wir das. Und die eine sagte mir, und ich würde am liebsten kurz vor der Rente dem einen noch mal richtig sagen, was er für ein Arsch ist. Entschuldigung, wenn ich das einmal im Öffentlich-Rechtlichen so sage. Und daraufhin sagt die andere, bitte nicht, ich muss noch zwei Jahre länger aushalten hier. Natürlich gibt es das heute noch. Wir scherschen in der Maske von Harder bei Pferd. Danke, dass sie es öffentlich macht. Ja, aber das eine ist eben Angst um die eigene Existenz. Und das zweite ist aber auch, dass die Erfahrung von ganz vielen Frauen natürlich ist, dass sie am Ende nichts erreichen. Also gerade im Strafrecht, dass die Anklage dann am Ende fallen gelassen wird, dass keine Verurteilung erfolgt, weil natürlich nur zwei Personen anwesend waren. Und die Unschuldsvermutung gilt. Und dass deswegen ganz viele es nicht öffentlich machen und nicht zur Anzeige bringen. Und dann dieses Gefühl, ich stehe dann auch am Pranger. Ich bin dann die, man fühlt sich ja wohl sowas wie beschmutzt. Also das waren ja auch Schilderungen dort. Das, was wir auch von den Frauen gehört haben, die sich jetzt mit vollem Namen an der Öffentlichkeit dazu bekannt haben, was ihnen passiert ist, die erleben das ja genauso. Frau Thielemann, die jetzt auch auf Facebook und anderen sozialen Medien extrem angegriffen wird, dass sie sich äußert und ihre Geschichten erzählt. Das heißt, das Klima ist keineswegs so, dass heute alles wunderbar ist. Das ist ja die zentrale Diskussion hier. Sie werden auch wie wunderbar. Es gibt immer abweichendes Verhalten. Ich leugne nicht, dass es solche Missstände gibt, auch heute noch. Und dass es in den 80er Jahren ein Personal in den verschiedensten Institutionen noch tätig war, was peinlich war. Keine Frage. Aber ich möchte nicht, dass wir jetzt sozusagen den amerikanischen Weg gehen, völlig undifferenziert, immer über die Öffentlichkeit, also über digitale Pranger, die Probleme. Das heißt, jeder Arbeitgeber, jede Stelle müsste eigentlich eine Betriebsvereinbarung oder etwas Ähnliches haben, um hier bessere Abläufe zu schaffen. Das ist dann kein Gesetzgebungsversagen, sondern das ist ein Versagen vieler Politiker und Arbeitgeber, dass sie das nicht umsetzen. Das ist natürlich einfach, einen Mann an den Pranger zu stellen. Schwieriger ist es, seine Arbeit zu machen. Und die ist nicht gemacht worden, Frau Barley. Okay. So, dann Frau Barley ist so souverän. Ja, sie hätte da was tun können. In welchen Fragen? Indem sie darauf achtet, dass das Antidiskriminierungsgesetz auch umgesetzt wird. Es gibt noch beliebig viele Betriebe, die haben keine Betriebsvereinbarungen. Und das schützt dann die Frauen vor sexueller Belästigung. Nicht sexuelle Belästigung. Es sind auch Schikanen, die nicht sein dürfen. Also, bei allem Respekt. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem und kein rechtliches Problem. Und dazu würde ich gleich nochmal kommen, Frau Fromm. Ich habe ganz, ganz viele Regelungen, aber Sie können nicht von oben nach unten dieses Problem lösen. Es gibt jede Menge gute Gesetze. Und das Problem ist einfach, ich habe es schon mal gesagt, ist dieses Machtungleichgewicht. Das würde, wenn Sie in einen Raum kommen und da sind zwei gleichrangige, ich sage jetzt mal Abteilungsleiter oder was, ein Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin, dass die Frau dem Mann an den Hintern greift und sagt, hey, wie wäre es denn? Da lächelt jeder, das ist fast undenkbar. Dass ein Mann sowas macht, ist zumindest, also das machen die allerwenigsten. Ich will das jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nichts pauschalieren, aber da sagt zumindest immer jeder, naja, das kann schon mal vorkommen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass grundsätzlich Männer und Frauen immer noch nicht den gleichen Rang haben. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, meine allererste Stelle, das ist jetzt, war schon fast 2000er, da hat mein Chef damals zu mir gesagt, ist ja gut, dass Sie einen Doktortitel haben, dann hält sie wenigstens keiner für meine Sekretärin. Ich meine, hallo? Ja? Oder diese, die junge Staatssekretärin in Berlin, wo erstmal gesagt wird, wo ist denn die Staatssekretärin oder der ist offensichtlich noch nicht da. Ja, also diese Idee, dass Frauen genauso ihren Mann stehen, wie man früher gesagt hat, dass sie genauso selbstbewusst mit beiden Beinen auf der Erde stehen, egal wie sie aussehen, egal was sie für Kleidung anhaben, dass der gleiche Respekt gegenüber Männern und Frauen einzugehen. Und da helfen uns keine. Und da helfen uns keine Gesetze. Und dieser Aspekt, wo da vielleicht die normative Kraft von Gesetzen überschätzt wird und die einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft... Ich rede nicht von Gesetzen, ich rede von Institutionen. Man muss es umsetzen. Ich ersetze Gesetze und Institutionen. Gesetze sind wirkungslos. Ja, freuen Sie sich doch, Frau Barley, dass der Politik so viel Macht zugetraut wird. Jetzt gehe ich zu unseren Zuschauern und Brigitte Bischer wird mir sagen, was Sie zu dieser Diskussion beigetragen haben. Und dann haben wir noch ein paar Praxisfälle, Frau Fromme, aus Hashtag MeToo zum Beispiel, die Lisa Ortges eben angesprochen hat. Brigitte, erstmal zu dir. Genau, unsere Zuschauer diskutieren vor allen Dingen die Frage, warum eigentlich erst jetzt? Warum mussten so viele Jahre ins Land gehen, bis diese Diskussion so aufbrandet, wie sie es gerade tut? Und dazu als erste Meinung ins Neuhaus. Er hat getwittert und er schreibt, wenn die einen ihren Mund früher aufgemacht hätten, sowohl bei Wedel als auch bei Weinstein etc., wäre es gar nicht so weit gekommen. Und den anderen wäre auch viel erspart worden. Und Wedel und Weinstein wären noch therapiefähig gewesen. Frauen müssen sich wehren und das sofort, sagt unsere nächste Zuschauerin. Zuschauerin und sie wurde als junge Frau auch von einem Kollegen angegrabscht. Und was hat sie getan? Regina Trödel schreibt bei Facebook, ich habe ihm eine kräftige Ohrfeige verpasst und er hat es nie mehr versucht. Die Frauen, die sich nach 30 Jahren echauffieren, sind doch die, die scharf auf eine Rolle waren. Warum haben sie nicht einfach zu ihm gesagt, mit mir nicht, steck dir deine Rolle an den Hut. Es gibt dort aber auch Widerspruch und Verständnis dafür, dass man vielleicht so lange schweigt. Und Anita Genken schreibt bei Facebook, In der Zeit, in der die Vorfälle mit Wedel sich ereignet haben sollen, fanden Frauen nicht so leicht Gehör, wie dies heute der Fall ist. Damals war die Emanzipation noch nicht so weit fortgeschritten. Thema sensible Berichterstattung, das ist sicherlich eine schwierige Diskussion. Und dazu schreibt bei Facebook Manuela Busse. Man ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Also bitte nicht immer gleich schnell urteilen und verurteilen. Da kann es schnell passieren, dass ein Menschenleben und dessen Familie zerstört wird, wenn sich rausstellt, er war es nicht. Was lehrt der Fall Wedel? Verena Schöner hat sich dazu Gedanken gemacht und schreibt bei Facebook. Der Fall Wedel lehrt uns, dass Frauen bei manchen Männern immer noch als freiwillig gesehen werden. Dass Kollegen wegschauen und keiner den Mumm hat, was zu sagen, weil sie selbst dadurch Schwierigkeiten bekommen könnten. Ja, ist das jetzt ein besonderes Mikroklima, diese Film- und Fernsehbranche? Wolfgang Kullmann hat dazu, ich weiß nicht, eine Beobachtung gemacht oder zumindest eine Meinung. Er schreibt im Gästebuch, die männlichen Promis bis hinunter in die C-Klasse sind es gewöhnt, dass Frauen und Mädchen in den Bars und Discos von Silt über Kitzbühel bis Mallorca Schlange stehen, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Mit Ablehnungen können sie da kaum umgehen. Sie sind einfach unfähig, die Signale zu erkennen. Andere Zuschauerinnen sagen, nee, ist kein Promi-Problem. Sexismus überall, auch in dem Alltag. Unsere Zuschauerin Cecilia Strauß hat beschrieben, was ihr als junger Frau widerfahren ist. Und sie schreibt im Gästebuch. Ich wurde von einem über 50-jährigen Nachhilfelehrer und im Urlaub von einem Vermieter begrapscht. Ein wenig attraktiver junger Mann langte mich damals zum Beispiel im Kino an meinen Schenkeln mit wollüstiger Hand an. Und das, obwohl ich mit meinen Eltern dort war. Da frage ich mich natürlich schon, ob das notgeile Verhalten nicht doch in der Natur des Mannes liegt. Was tun Männer? Klaus Riepe hat dazu einen Vorschlag und schreibt, Männer, hört doch einfach von heute auf morgen auf mit dummen Komplimenten, Anbaggern, Angrapschen und allem, was dazu gehört. Ihr macht euch das Leben leichter und könnt es ohne Druck genießen. Die Lebensqualität wächst für euch. Vielleicht ist aber auch ein bisschen Hysterie in der Debatte. Und unser Zuschauer Hermann Wieters hat mal nach Amerika geguckt und die aufgeheizte Debatte oder die Situation dort beschrieben. Er sagt, ich kenne Amerika. Dort verlassen Männer inzwischen den Arbeitsplatz, wenn sie allein mit einer Frau im Raum sind. Und wollen wir das? Oder wollen wir einfach nur respektvoll miteinander umgehen? Vielen Dank, Brigitte Büscher, für diesen Überblick. Dankeschön. Wir haben gelernt, Übergriffe nötigen, Nötigung, Sexismus, das ist bei weitem kein Problem, nur in der Filmbranche. Das gibt es auch mitten in der Gesellschaft. Wenn man aber die entsprechende statistische Zahl dazu hört, dann ist man schon erstaunt. 43 Prozent der Frauen in Deutschland sind nach eigener Angabe schon einmal sexuell bedrängt oder belästigt worden. Und einige von ihnen erzählen auf Instagram, Facebook oder Twitter unter dem Hashtag MeToo zu Deutsch Ich auch ihre Geschichte. Der nette WG-Gast ohne Anklopfen in Unterwäsche in meinem Zimmer. Ich habe den ganzen Abend mit dir geredet. Das steht mir jetzt zu. Wie ein Anruf alles änderte. 1997. Zusammen mit meiner liebsten Freundin aus der Schule und anderen haben wir Jahrgangspartys organisiert. Nach einer dieser Partys hat mich ihr Vater Sonntagmorgens gegen 9 Uhr angerufen. Ich war noch völlig verschlafen und habe erst gar nicht kapiert, was da gerade passiert. Dieser Widerling hat mir erzählt, dass er gerade nackt im Bad steht und auf mich onaniert. Ich habe aufgelegt. Ein Mann, den ich nur vom Sehen, Mittagstisch kannte, kam mit mir ins Gespräch. Ich schlug einen gemeinsamen Spaziergang vor. Da griff er mir unter dem Tisch unvermittelt in den Schritt. Herr Ahmendt, 43% haben solche bedrückenden Geschichten oder Ähnliches erlebt. Und ich frage Sie das ganz bewusst. Als Mann hat Sie diese Zahl überrascht, 43%? Es erschüttert einen. Es hat mich natürlich erschüttert, als ich das gelesen habe. Und natürlich die Beispiele, die Sie jetzt hier da auch versammelt haben, natürlich ebenso. Und natürlich heißt es auch, dass es so wichtig ist, dass wir über Fälle berichten, wo wir die Vorfälle ausführlich belegen können. Weil ich glaube, dass durch solche Veröffentlichungen, übrigens auch durch eine Sendung wie heute Abend hier, ein Klima entsteht, in dem offen diese Probleme angesprochen werden. Und auch Frauen ermutigt werden, auch in ihrem Sinne, sich sofort zu wehren, auch sofort zur Polizei zu gehen, sich ermutigt zu fühlen. Nicht zur Polizei. Also ich schale erst mal eine Ohrfeige. Ja, also sich zu wehren. Und auch sich das nicht gefallen zu lassen, ist doch gut. Das ist selbstverständlich. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht 17 Jahre alt, sondern lebe schon lange. Und ich kann mich nicht erinnern. Hatten Sie mit 17 auch schon diese Souveränität? Ja, genau das. Ja, dann haben wir ja kein Problem. Dann gibt es wahrscheinlich keine Vorfälle, die Frauen wären. Ja, wir müssen einfach als Frauen lernen, eine Körpersprache zu entwickeln und ein Reaktionsrepertoire zu haben, was solche Sachen beendet. So, und dann gibt es auch noch die rechte Seite. Also es liegt an den Frauen, die Situation erst gar nicht entstehen zu lassen. Und es liegt auch an den Frauen, sich in dem Moment zu wehren. Nein, es liegt an beiden. Wir haben keine Ansprüche und keine Wünsche an Männer. Wenn wir jetzt mal fragen, wie nerven Frauen, welche Schikanen können Frauen entwickeln, dann kriegen wir ein anderes Spektrum. Das heißt, wir sind jetzt fixiert, und das ist ein US-amerikanischer Blick, wir sind jetzt fixiert auf Sexualität. Männer und Frauen haben unterschiedliche Formen, sich unangenehm durchzusetzen. Können wir nicht mal ernsthaft über die Bahnen reden? Ich würde bei Männern auch sagen, ja, das ist aber auch so. Herr Kleist fordert eine ernsthafte Diskussion, ich finde diese Diskussion ernsthaft, es steht mir nicht zu, Frau Fromme zu bewerten, ob es ernsthaft ist oder nicht. Aber Sie können anderer Meinung sein, Herr Kleist, bitteschön. Ja, ich bin ja auf dem Podium hier, ich darf das, weil ich finde, das geht an der Sache völlig vorbei. Wir waren doch jetzt schon so weit, dass wir gefragt haben, Machtmissbrauch, eben nicht nur Sexualität, sondern generell Machtmissbrauch. Und was können wir dazu tun, heute in der Gesellschaft, indem wir es öffentlich diskutieren, was die Zeit aus meiner Sicht hervorragend gemacht hat, und indem wir ein Klima von Respekt und Wertschätzung schaffen. Ich habe zum Beispiel in meinem Unternehmen, im saarländischen Rundfunk, ein großes Projekt aufgelegt, das sich genau, das heißt wir im SR, zusammen besser. Das sich genau mit dieser Frage beschäftigt, des gegenseitigen Respekts, des Abbaus von Hierarchien und der Augenhöhe. Und wenn ich mit Menschen auf Augenhöhe bin, wenn ich das erreiche in einem Unternehmen, dann krapscht auch keiner. Das ist, glaube ich, die beste Prävention. Ich hoffe, ich hoffe, dass es im Unternehmen funktioniert, aber wie sieht das eigentlich im Alltag aus, auf der Straße, in den Cafés? Was ist eigentlich Alltagssexismus? Hat man sich als Frau schon so daran gewöhnt, dass dieser Alltagssexismus einem gar nicht mehr auffällt? Was passiert eigentlich, wenn man Männer mal direkt drauf anspricht, wenn die einen nett gemeinten, aber blöden Spruch loslassen oder einen auch berühren? Ich möchte Ihnen eine Journalistin vorstellen, die eine Art Selbstversuch gemacht hat, und zwar für das SZ-Magazin. Ein Selbstversuch über mehrere Wochen. Emilia Smichowski, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Wie muss ich mir das vorstellen, ein Selbstversuch in Sachen Alltagssexismus? Ich habe einfach immer, wenn, also über mehrere Wochen lang, wenn mir eine Situation sexistisch vorkam, also mir persönlich, habe ich reagiert. Also meistens verbal oder eigentlich immer verbal. Wie? Ich habe die Männer angesprochen. Wenden Sie ein Beispiel? Es waren zum Beispiel, also eine fast traurige Geschichte, muss man sagen, ich war auf Dienstreise im Hotel, saß im Frühstückssaal, saß auch nur unter Männern, muss man sagen. Die Frauen waren da, war das Servicepersonal, also ich war die einzige Frau. Und genau, da war so eine Männergruppe, die irgendwie gefeixt hat, noch halb betrunken war und ein einzelner Mann saß da, der mich angeschaut hat die ganze Zeit. Und zwar diese Art von Blicken, die eben nicht nett gemeint sind, sondern irgendwie so ein bisschen einen durchbohren und taxieren. Und den habe ich angesprochen und ihm gesagt, er soll mich bitte nicht mehr anstarren, er soll das lassen. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann hat sich aber... War der erst mal erschrocken, ertappt? Es waren alle erschrocken, also, und es waren auch alle, es waren alle erschrocken und alle wahnsinnig freundlich dann, was mich sehr, sehr überrascht hat. Also ich hatte mit viel mehr Aggression und Wut gerechnet eigentlich. Und dieser Mann, was hat er gesagt? Und dieser Mann, der hat dann erzählt, dass seine Frau gerade gestorben war und, und dass ich, dass ich ihn erinnere an seine Frau in jungen Jahren. Und genau, das war natürlich eine totale Ausnahme und das war auch eine Geschichte, die, die ich so nicht erwartet hatte. Und die mich auch so ein bisschen dann doch hat verstummen lassen. Es gab aber auch so das klassische, ich weiß nicht, ich wohne in Berlin-Kreuzberg. Die Jungs, die einem so vom Block gegenüber begegnen und die einem dann so Nasüße hinterherrufen. Da bin ich auch stehen geblieben und habe die angesprochen. Und dann? Und dann, also es ist, wie gesagt, ich hatte, also es sind so Momente, wo man denkt, naja, die können einem dann auch blöd kommen. Die können einem auch noch was Krasseres hinterherrufen oder wie auch immer. Die waren ja auch zu mehreren. Und plötzlich hieß es dann, oh, entschuldigen Sie bitte, das wollte ich nicht. Die anderen hatten so Kuss- und Schnalzgeräusche gemacht, wie zu Pferden. Und ja, das hat mich schon überrascht. Also die haben mich dann auch plötzlich gesiezt, vorher geduzt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, quasi, wenn man diesen Kreis durchbricht, also die, oft denken die Männer ja, die Frau geht weiter. Also sie antizipieren das ja schon, dass man überhaupt nicht reagiert. Und als ich dann reagiert habe, waren die meisten dann doch erschraubt. Ist Ihnen bei diesem Selbstversuch aufgefallen, wie viele Jahre sie einfach weitergegangen sind und es irgendwie weggedrückt haben? Ja, ja, total. Also ich war, ich hatte das wirklich schon verdrängt und so ein bisschen professionalisiert, den Umgang mit Sexismus, weil ich mir angewöhnt hatte, einfach wegzuhören. Also mir ist auch, muss man dazu sagen, nichts wirklich Schlimmes bisher passiert. Also einfach so dieser normale, latente Alltagssexismus, den es übrigens auf jeden Fall heute noch gibt. Und genau, und ich bin so ein bisschen wie so ein, als würde man so ein störendes Surren ignorieren, habe ich das, ja, einfach überhört. Ich habe Ihre Geschichte mit Interesse gelesen. Sie haben unter anderem, da geschrieben wir einen Moderator, Sie am Rande einer Podiumsdiskussion einem Kollegen als begehrenswerte Frau vorgestellt hat. Ja, muss ich fairerweise sagen, nicht nur. Also er hat schon auch meinen Namen genannt und meinen Beruf, aber dann eben hinzugefügt, sie ist auch eine begehrenswerte Frau. Und das Ding stand erst mal im Raum. Und dann? Ja, und da war ich, also das war sozusagen die erste Begegnung, da war ich sprachlos. Also ich habe nicht gewusst, was ich parieren soll, was ich sagen soll. Das ist ja auch ganz oft, also wenn jetzt gesagt wird, das sind ja wirklich noch banale und kleine Fälle, ja. Ja, wenn dann gesagt wird, ja, ihr Frauen, wehrt euch halt, das kostet auch Mut, das kann man sich auch nicht immer, also das traut man sich auch nicht immer. Manchmal fehlen einem die Worte, manchmal hat man nicht die Nerven dafür. Also in dem Moment konnte ich es nicht. Und bei dieser Podiumsdiskussion waren Sie dann nicht so präsent, wie Sie es sich gewünscht hätten? Nee, nee, auf keinen Fall. Also ich habe weniger gesagt. Und der Mann ist dem aufgefallen, was er da für ein Ding losgelassen hat? Weiß ich nicht. Also ich habe, den habe ich nicht darauf angesprochen. Das war sozusagen der erste Versuch. Und der ist dann auch rot geworden. Ich wusste dann auch nicht, warum, ob aus Peinlichkeit, weil er vielleicht schon gespürt hat, dass das nicht natürlich im Griff ins Klo war. Oder ich weiß es nicht. Ein anderes Beispiel ist das Beispiel eines ehemaligen Kollegen. Und den haben Sie noch mal kontaktiert und haben die Geschichte mit ihm besprochen. Sie waren neu in seiner Redaktion. Es gab irgendeine Party und plötzlich stand er vor Ihnen und küsste Sie auf den Mund. Oder wie Sie sagen, er hat Ihnen seine Zunge in den Mund gesteckt. Wie haben Sie damals reagiert? Ich habe ihn weggeschoben und er hat das auch akzeptiert. Also er hat es nicht noch mal versucht. Und wir haben dann nie wieder darüber geredet. Und das ist natürlich auch, also es war eben keine Party. Es war so ein bisschen die Schwelle zwischen Beruf und Privat, wie es ja auch in vielen Branchen gibt. Unter anderem ja auch beim Film. Dass man eben nicht weiß. Also man ist in einem, man ist nur unter Kollegen, aber man trinkt halt ein Bier zusammen. Und ich hatte aber in dem Moment, ich war wirklich, also ich war Berufsanfängerin. Und ich dachte, oh Gott, also mein erster Gedanke war, wer hat das jetzt alles gesehen? Also haben die Kollegen das mitbekommen? Sie haben ihn für die Geschichte noch mal kontaktiert. Und wie hat er reagiert, als Sie ihn angemeldet haben? Erst erschrocken. Also er hat erst Oje geschrieben. Und genau. Und dann hat er aber gesagt, er trifft sich. Und ich hatte erwartet, dass ich ihn ein bisschen vielleicht überreden muss. War gar nicht so. Und das Gespräch war dann sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Also wir haben, er hat sich nicht an diesen Vorfall erinnert, sagt er. Vielleicht, weiß ich nicht, war er betrunken. Ich habe ihm dann auf die Sprünge geholfen. Und wir haben das dann zueinander geklärt sozusagen. Also er hat das total bereut und sich auch entschuldigt. Und hat mir dann aber noch eine andere Geschichte erzählt, die weitaus schlimmer war. Er hat erzählt, dass es ihm sehr auf der Seele brennt und dass er das loswerden möchte. Dass er mal mit einer Frau im Bett war. Die wollten es beide, sind zusammen aufs Zimmer. Dann hat sie aber Nein gesagt währenddessen. Und er hat weitergemacht. Und er hat dann diesen Satz gesagt, ihr Nein war mir nicht so wichtig wie das, was ich wollte. Und ich glaube, dass dieser Satz, also ich fand es sehr mutig von ihm, dass er mir das erzählt hat. Das hätte er auch nicht tun müssen. Wir haben ja eigentlich über einen anderen Fall gesprochen. Und ich glaube im Übrigen, dass nicht nur Frauen reden müssen, jetzt zu MeToo sich äußern müssen. Sondern das ist auch, also ich vermisse da so ein bisschen noch die Stimmen der Männer. Und das war so eine Männerstimme, wo ich fand, das muss auch dokumentiert werden. Danke. Kommen Sie mit in die Runde. Das sind auch Männer. Hat jemand eine Idee, wo Männer sowas gelernt haben? Also dieser Kollege zum Beispiel, der hat ihn, glaube ich, auch wenn ich das richtig gelesen habe, gesagt, das sei sein Türöffner gewesen, eine gute Nummer mit der Zunge. In den meisten Fällen hätte das geklappt. Also hat jemand eine Idee, woher das kommt? Außer, dass es in einer anderen Zeit war, Frau Ortges? Ja, es hängt viel davon ab, was man Männern zugesteht an Verhalten. Um auf Dieter Wedel nochmal zurückzukommen, das war auch so ein irrer Geniekult, der um ihn herum irgendwie praktisch sozusagen gemacht wurde. Lassen wir den Wedel mal weg. Ich glaube, das war ein ganz normaler Kollege da. Ein Schreiber, aber auch ein guter, über den Sie gerade berichtet hat. Absolut, da geht es nicht um Geniekult, ganz sicherlich. Ich wollte nochmal einen Rückgriff machen auf den Fall Wedel. Das, was Ihnen zugestanden wird, damit meine ich jetzt auch nicht Ihr Beispiel, sondern das, was von Ihnen praktisch an Männlichkeitsbildern unterwegs ist, was an Rollenbildern da draußen unterwegs ist. Und das sind Sachen, die leider eben ganz tief verankert und immer emotional angebunden sind. Wie sich jemand als Mann versteht, wie sich jemand als Frau versteht. Also ob ich eher aktiv bin, was für Konnotationen ich damit verbinde und wie ich auftrete sozusagen, wie ich im Arbeitsleben auftrete, wie ich mich selbst verstehe. Da kommen Sie ganz, ganz schwer ran. Und Sie haben ganz viele Leute, die in Genderkurse gehen und trainiert werden und so weiter. Und wie ich es selber erlebt habe bei so einem Seminar, dann am Bistro-Tisch stehen und sich über den Hintern der Seminarleiterin unterhalten. Und dann sind Sie dazwischen gegangen und haben gesagt, Jungs, habt ihr... Nein, ich nehme das als Journalistin natürlich alles mit. Ich bin jetzt nicht dazu da, irgendwie die in die andere Richtung zu coachen. Das interessiert mich erstmal von außen. Hätte man natürlich machen können, in diesem Sinne, die mal zu konfrontieren, das sollte man viel öfter tun. Was mir fehlt bei der ganzen Debatte ist, wir reden die ganze Zeit über die Männer, im Grunde indirekt und direkt. Aber irgendwie ist das im Moment die schweigende Mehrheit. Ich sehe die nicht auf MeToo, ich sehe sie nicht in der Debatte. Es gibt zwei, drei Kollegen, die darüber schreiben, sonst niemand äußert sich. Ich wüsste so gern, was die denken in der Masse. Das liegt vielleicht daran, dass hier Männer immer noch Chef sind und schreiben lassen, Herr Ahmet. Ich schreibe auch selber. Ja, das ist die tolle, lange Geschichten schreiben. Ich frage Sie trotzdem, möchte Sie ein bisschen kitzeln, was sagt denn der Chef des Zeitmagazins? Das, was wir hier gehört haben, unbedachte Sprüche, schiebe Anmache, bisschen auf einer redaktionsfreier Zunge im Hals. Gibt es das auch bei der Zeit oder arbeiten dort nur reflektierte, kopfgesteuerte, kontrollierte, fortschrittliche Männer? Das hoffe ich stark, dass es diese Männer gibt. Glauben Sie wirklich, dass das... Aber ich glaube, natürlich jede Organisation, jede Firma, jede Redaktion, dafür ist ja auch dieses Thema jetzt gerade so gut in der Debatte, ich glaube, das erhöht auch einfach die Aufmerksamkeit und es verändert auch das Bewusstsein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über solche Fälle, die wir dokumentieren können, berichten. Weil natürlich auch eine Runde wie heute das Bewusstsein einer Öffentlichkeit verändert. Und wenn Männer dadurch auch ein bisschen verunsichert sind, da ist gar nicht so schlecht, wenn der ein oder andere Mann plötzlich über sich selber nachdenkt und denkt, verhalte ich mich eigentlich immer richtig. Das kann gar nicht schaden, finde ich, weil Verunsicherung kann auch zu neuen Erkenntnissen führen. Herr Kleist, fühlen Sie sich verunsichert und sind Sie froh darüber? Nein, fühle ich mich nicht, sondern ich will mal ein anderes Beispiel sagen. Ich trainiere mit meinen Führungskräften eine bessere Feedback-Kultur im Unternehmen. Das unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen, denn wir haben ja auch gesagt, es ist zwar überwiegend ein Männerproblem offensichtlich, aber es ist ja ein Problem von Macht und Missbrauch. Und das hat man natürlich am ehesten in Hierarchien. Und deshalb diskutiere ich mit meinen Führungskräften Respekt und Wertschätzung. Da beginnt es ja schon. Frau Balli, ja? Und vielleicht noch einen zweiten Satz. Ich glaube auch, es sind die Verhaltensmuster. Es sind die Verhaltensmuster, wenn ich mal so sehe, jetzt, was man über Herrn Wedel berichtet am Set. Da hört man auch Geschichten von Dirigenten, von Theaterregisseuren und alle, die sich irgendwie völlig verrückt verhalten. Und so lange man sagt, das ist aber toll, der ist erfolgreich. Damit leistet man Vorschub, dass diese Verhaltensmuster auch nachgeahmt werden. Und das hat auch was mit Machtverhältnissen zu tun. Also ich bin ansonsten auch mit einem Verein pro Quote, gibt es Medien pro Quote, Regie. Wenn Sie 30 Prozent Frauen haben in der Führung, ändert sich die Arbeitskultur automatisch. Wir haben das Problem gelöst. Wenn Sie eine Vielfalt, wenn Sie Diversity haben, das ist so ein schönes Stichwort, in den Führungsetagen passiert so etwas nicht. Ich möchte hier möglichst viele Bereiche reingucken. Herr Kleist hat es dankenswerterweise möglich gemacht, wenn auch durch einen traurigen, mutmaßlichen Vorgang, wie es beim Sender geht. Es gibt eigentlich kaum Bereiche, wo Frauen geschützt sind vor blöden Sprüchen und Anmachen. Und natürlich auch im Bundestag ist es nicht so. Da ist er mal wirklich auch ein Spiegel der Gesellschaft. Schauen Sie mal, was die Kollegen des WDR-Projekts Docupy zu hören bekommen haben. Als Frau im Bundestag. Spielt ihr Geschlecht eine Rolle? So hässlich bist du doch gar nicht, dass du in die Politik gehen musstest. Ich sei ja bemerkenswert kompetent und es klang schon so dieses Überraschen durch. Und außerdem hätte ich den schönsten Arsch im Gremium. Warum hat man Frauen über Jahrtausende unterdrückt? Und dann kommt der Satz, es hat sich bewährt. Da kommt unsere sehr hübsche Kollegin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das gibt es nach wie vor. Ich erlaube mir dann zu ergänzen und zu sagen. Und klug bin ich auch noch. Ich war gerade so richtig gut in Fahrt, habe tolle Argumente gebracht. Und dann sagt der Mann mir gegenüber, also deine Ohrringe, die wackeln so schön, wenn du dich aufregst. Frau Barley, haben Sie Ihren Arbeitsalltag wiedererkannt? Ich glaube, jede Frau hat sich da ein Stück weit wiedererkannt. Ja, sowas passiert natürlich in der Politik. Und ich glaube, das Schlüsselwort hat Herr Kleist eben zum zweiten Mal genannt. Das Schlüsselwort heißt Respekt. Den kann man ja so oder so äußern. Da habe ich ein schönes Beispiel. Nachdem Andrea Nahles auf dem letzten SPD-Parteitag eine sehr leidenschaftliche, laute Rede gehalten hat für die Große Koalition, da hat die FAZ geschrieben, der einzige Mann in der SPD-Führung scheint Andrea Nahles zu sein. War das ein Kompliment oder ist das Sexismus, Frau Barley? Also, auf diese konkrete Äußerung, das ist echt geschenkt. Der Punkt ist tatsächlich... Aber ich glaube, dass die Reaktion auf die Rede von Frau Nahles, ich glaube, das ist schon interessant für die Wahrnehmung von Klischees. Ja, aber wir sind wieder auf einer schiefen Ebene, weil es geht wieder darum, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich. Das ist wieder genau der Punkt. Aber ein Politiker, der auftritt und der schwitzt, das kennen wir, das ist Respekt, da gibt es Applaus, das ist diese Bierzeltatmosphäre. Wenn eine Frau genauso leidenschaftlich auftritt bei einer wichtigen Parteitagsrede, wird plötzlich ganz anders ins Wagen. Ja, wobei das in diesem Fall jetzt anerkennend gemeint war. Deswegen will ich auf diesen Redenfall gar nicht eingehen. Der Punkt ist doch der, es gibt die Rollenklischees, die Jungs und die jungen Männer lernen, dass das cool ist, sich respektlos gegenüber Frauen zu verhalten. In welcher Form auch immer. Und da gebe ich jetzt ausnahmsweise mal Frau Formel recht, das wird wahrscheinlich das einzige Mal heute bleiben. Nämlich, wenn sie sagt, wenn man sich die Filme, die James-Bond-Filme, die habe ich nämlich deutlich mit meinen Söhnen nochmal geguckt, von damals anguckt. Da ist dieses, der Mann nimmt sich jetzt die Frau, passiert da ja am Laufenden Meter. Haben Sie das pädagogisch begleitet, das Gucken mit so Nichtjungs oder wie darf ich das verstehen? Ja, die sind insgesamt, glaube ich, ganz emanzipiert erzogen. Aber die Medien haben da auch eine große Verantwortung, weil die Rollenbilder sehr stark mitprägen. Aber im Grunde genommen am Ende des Tages, wenn man auch gefragt wird, ja, darf ich denn jetzt gar nichts mehr als Mann? Darf ich denn jetzt gar nicht mehr richtig Mann sein? So ein Blödsinn. Das einzige, also ich glaube, es ist überhaupt nicht schwer zu unterscheiden zwischen einem Flirt und einer fiesen Anmache. Man muss sich einfach nur mal überlegen, das wäre jetzt deine Freundin oder deine Schwester. Fändest du das gut, wenn deine Freundin oder deine Schwester so angegraben wird, wie du es gerade tust? Das ist doch nicht schwer. Es ist wirklich eine Frage von Augenhöhe, von Respekt und von sich vergewissern, dass es für die andere Person auch okay ist. Und eben nicht die Zunge sofort in den Mund zu schrecken, sondern zu gucken, ist das... Ja, ich wollte sagen, dass ich nicht glaube, also das ist mir doch ein bisschen verschallt, dass alle Jungs zu Respektlosigkeit erzogen werden. Also es gibt, das habe ich hoffentlich nicht gesagt, aber ich finde, es gibt schon auch sehr, sehr viele Männer, die auch unter ihrer Rolle leiden im Übrigen, ja. Also genauso wie Frauen. Also wie oft hört man irgendwie von Männern, die über ihre Väter erzählen und eigentlich von abwesenden Vätern erzählen, ja. Die sagen irgendwie, von Montag bis Freitag war er nicht da, am Wochenende war er im Schachclub. Und dann ist doch die Frage, warum reproduzieren sie aber genau dieses Unglück und sind wieder diejenigen, die Vollzeit arbeiten und die Frauen gehen in Teilzeit. Aber ich glaube nicht, dass Männer sozusagen das zum großen Teil irgendwie gern machen oder so. Ich glaube auch, dass die gefangen sind in einer Rolle. Das habe ich wirklich nicht sagen wollen. Darf ich das nochmal ganz klar zum Protokoll gehen? Sie haben auch ein Kind, es ist eine interessante... Ganz kurz möchte ich ausgeben, das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung bei der Gleichberechtigung, weil viele Männer ja sagen oder Angst haben, es würde ihnen was weggenommen oder so. Und das würde dann sozusagen den Frauen zugeschoben, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass eigentlich, jetzt mal kitschig gesagt, alle freier werden, wenn es diese Rollenbilder nicht gibt. Na klar. Es ist fast ein Schlusspunkt, aber ich habe das am Anfang angesprochen, deswegen möchte ich es nochmal zeigen. Wie immer sind jetzt alle froh auch darüber, dass der Korken mal von der Flasche ist, dass man über solche Sachen redet. Aber wie schnell schlägt das Pendel auch in eine andere Richtung aus? Schauen Sie sich mal dieses Beispiel an, auch wenn wir da nicht mehr lange drüber reden können, vielleicht müssen wir es auch gar nicht. Die Alice Salomon Hochschule Berlin auf der Südfassade des Gebäudes ist großflächig das Gedicht Avenidas von Eugen Gommringer aufgemalt. Alleen, Alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen, Alleen, Alleen und Frauen, Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Der Poet hatte 2011 den Alice Salomon Poetikpreis gewonnen und der Hochschule das Gedicht geschenkt. Fünf Jahre später. Im April 2016 wendet sich die Studierendenvertretung der Hochschule mit einem offenen Brief an das Rektorat und kritisiert das großflächige Gedicht auf der Fassade. Dieses Gedicht reproduziert nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauen ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren. Es erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind. Die Studierenden fordern weiter, Die Thematisierung einer Gedichtsentfernung, Ersetzung im Akademischen Senat zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Durch den offenen Brief angestoßen, stimmen Studierende und Mitarbeiter ab. Das Ergebnis? Im kommenden Herbst wird das Gedicht übermalt und durch ein anderes ersetzt werden. Eugen Gormringers Werk kommt auf eine kleinere Tafel auf der Fassade. Frau Smirowski, eine demokratische Abstimmung über angeblich frauenfeindliche Poesie und ein Gedicht muss weg. Ist das in Ihrem Sinne? Nein. Also es ist natürlich legitim, diese Entscheidung zu fällen. Ich fühle mich dadurch nicht persönlich angegriffen. Ich würde auch stark dafür plädieren, ich finde, das ist eine Nebendebatte. Also nur weil wir jetzt Kunst entfernen, die Sexismus zeigt vielleicht, obwohl ich das bei dem Gedicht auch nicht sagen würde. Sagen Sie es mal laut. Es ist auch kein Sexismus, weil der Admirador ist ein Bewunderer. Der Bewunderer sieht und bleibt auf Distanz. Und ein Gedicht ist auch kein Leitartikel. Ja, also ein Gedicht muss unklar sein, muss eine poetische Vielfalt haben und das darf nicht an einem Leitartikel oder an einem Facebook-Post gemessen sein. Eine schnelle Runde, Frau Frommel. Kunst am Bau, das ist einfach ein schlechtes Gedicht und es kann begründungslos entfernt werden mit Sexismus. Das ist eine besondere Meinung. Frau Ortges, haben wir die Runde voll. Also Kunst ist ja keine Anleitung, sondern eine Analyse. Das Faumbild der 50er Jahre fände ich sehr spannend zu analysieren. Gibt es Parallelen zu heute? Dazu gibt es eine Menge zu sagen, ja. Aber es entfernen ist natürlich Schwachsinn. Darf ich statt einer Schlussrunde Ihnen was Gottvolles zeigen? Ein Fundstück, nämlich aus der Vorbereitung dieser Redaktion für diese Sendung. Vor einem Baumarkt eine Reporterin, unsere Reporterin und ein Mann. Auf den ersten Blick zwei Welten. Auf den zweiten Blick aber zwei Menschen auf Augenhöhe. Der versöhnliche Schluss dieser Sendung. Er sei uns gestattet. Sind Sie schon mal in die Situation gekommen, dass Ihnen eine Frau vorgeworfen hat? Das war jetzt aber sexistisch. Das ging mir zu weit. Nein, 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 überhaupt nicht. Die Leute, die mich, also ich bin, mach gerne Spaß und die Leute wissen das dann, dass das ein Spaß ist. Wenn ich jetzt hier reingehe, da sind auch ein paar Mädels, ja, die finde ich auch super nett. Und da mache ich auch immer dasselbe, ja. Mädels wäre jetzt zum Beispiel schon so ein Begriff ganz streng genommen als im Manze, wo man sagt, das ist sexistisch. Ich, bitte? Ja, das ist ein veralteter Begriff. Junge Frauen, würde man sagen. Oder Frauen. Die sind ja nicht jung. Verunsichert Sie das jetzt, oder? Nö, also, nee, eigentlich nicht. Also, ich kenne das nicht anders. Entschuldigen Sie mal, ich bin 50 Jahre. Sie verlangen doch jetzt nicht von mir, dass ich jetzt darauf achte, was ich sage. Doch. Wenn ich Mädels sage, das ist doch nichts Schlimmes, hören Sie mal. Doch. Das gibt es doch gar nicht. Das ist unglaublich. Ich sage immer, Leben und Leben lassen. Respekt. Ja. Ich akzeptiere Sie, dann erwarte ich im Gegenzug, dass Sie mich akzeptieren. So einfach ist das. Dann nenne ich Sie auch nicht Bübchen. Das ist nett von Ihnen, Dankeschön. Und ich nenne Sie nicht Mädel. Yes. So, hat geklappt. Hier wurde auch gelacht. Sie haben gesehen, das ist ja wie wahr geschnitten. Aber denken Sie nicht, wir hätten das irgendwie auf Pointe geschnitten. Über sechs Minuten lang gibt es das bei uns auf der Seite www.hardaberfair.de. Vielen Dank erstmal. Und jetzt gleich zur nächsten Freude. Ja, Karin Mioska ist da zu den Tagesthemen. Was erwartet uns heute? Ja, wir haben es schon gehört. Die Koalitionsverhandlungen gehen nun schon wieder in die Verlängerung. Morgen, so heißt es nun, will man zu einem Abschluss kommen. Aber wir sind ja Kummer gewohnt. Jamaika ist ja auch völlig überraschend geplatzt. Wir fragen also gleich nach, wo es immer noch stockt und vielleicht doch noch ein Restrisiko des Scheiterns in der Luft liegt. Ui, ui, ui. Frau Barley, halten Sie das für möglich? Nichts ist unmöglich von der Politik. Nichts ist unmöglich von der Politik. Damit hat mir Frau Barley den Schlaf geraubt. Vielleicht Ihnen auch Frau Mioska. Gleich Bericht in den Tagesthemen. Vielen Dank an diese spannende und tiefbohrende Runde. Vielen Dank, Frau Ortges. Danke, Frau Frommel. Danke schön, Herr Ahmet. Frau Barley, herzlich vielen Dank. Frau Smirowski, herzlichen Dank. Herr Gleis, vielen Dank. Faktisch, ich weiß nicht, ob wir heute einen brauchen. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Nächste Woche ist Rosenmontag, Halab und Selau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.